Ist das ein Anstar-Wettbewerb? Den gewinne ich. Ich bin supergut im Anstarren. Du hast Jocko getroffen, ja? Er ist ein einfacher Mensch mit sehr großen Träumen. Er möchte ein Sand Pirate sein, weißt du? Er wäre bestimmt super happy, wenn du ihm ein paar Piratenprothesen bringen würdest. Zähne, Holzbeine, halt solche Sachen eben. Nein. Was ist das? Schöne auf dich zum Köln. Bereits uns bei einem Krieg herkommen soll. Hör auf meine Kumpels zum Köln. Gib mir dein Wask, Kastur. Was? Das war's für heute. Was ist das? Rauschen, drauf! Joko, siehst du das? Der freundliche Schatzsucher sammelt dir Piratenzubehör, damit du dein Lebenstrauer füllen und Sandpirate werden kannst, woraus er wegen deiner tragischen Verletzung als Kind nichts wurde. Warum hat das Gag die Straße überquert? Weil da Wasser war. Auf der anderen Seite. Der Straße. Er lacht, um nicht zu weinen. Das ist so, wahnsinnig, traurig. Lauf nur immer weiter! Auf, auf, leck! Die Große habe Gott. Ah! Was ist das? oh diese piraten sachen sind wundervoll joko wird sie lieben fast so sehr wie er es liebt diese urkomischen witze zu erzählen und nicht tot vor durst zu sein